Seit ich sexy bin, spiele ich Schlagzeuge und es macht mir heute noch Spass. Ich finde es cool, dass wir von Höhe keine SGA kriegen, so kann ich wünschungen an die Open Airs reisen. Die Lehre ist abwechslungsreich, weil wir in verschiedenen Abteilungen arbeiten dürfen. Wenn ich eine Frage kann, ist das kein Problem. Und was ich auch lässig finde, ist, dass sich alle duzen. Mit Michi aus der Logistik diskutiere ich heute noch über die neuesten Eishockeyresultate. Wegen der Gleitzeiten arbeite ich noch auf dem Golfplatz, mein zweites Hobby. Am meisten freue ich mich auf das Arbeiten in der Agentur und den direkten Kundenkontakt. Die Arbeit auf der Agentur macht Spass. Jeden Tag ist anders, weil jeder Kunde andere Wünsche hat. Das macht es nie langweilig. Die Möglichkeit, etwas für das Mitarbeiterheft zu schreiben, finde ich cool. So lernt man wieder etwas Neues. Wenn ich meine Kolleginnen treffe, werden zuerst mal alle News ausgetauscht. Dass ich eine Lehre bei Rökenka angefangen habe, haben sie von Anfang an super gefunden. Und ich bin froh, habe nicht die Chance bekommen, etwas zu machen, das mir Freude macht. Im Lehrlingslager treffe ich alle meine Kollegen von der anderen Standort. Neben verschiedenen Workshops haben wir ein cooles Freizeitsprogramm. Zusammen haben wir einfach eine gute Zeit. Also haben wir einfach keine auf der anderen Seite. Haben Sie eine Gäste employers anbult? Wenn ich meine Mitarbeiter kooper. Ich bin froh, ich hoffe, eine gute Zeit. Ich bin froh, ich hoffe, dass ich so sehr viel mehr Zeit, oder? Und dann bin froh. Wir können die jeweils neufig. Ich bin froh. Ich bin froh.